Alhamdulillah, ich bin gesund. Alhamdulillah, ich bin gesund. Alhamdulillah, ich kann laufen. Alhamdulillah, ich kann sehen. Alhamdulillah, ich bin gesund. Das ist das Wichtigste. Ich brauche nicht neidlich auf jemanden sein. Allah gibt jedem das, was er verdient im Leben. Allah gibt jedem das, was er verdient im Leben. Wenn euer Herz sauber ist, Habib Albi, danke Bruder. Wenn euer Herz sauber ist, dann gibt euch Allah das, was ihr verdient. Allah. Aber ihr kommt rein und hatet mich, obwohl ich euch nichts getan habe. Ich mache nicht mal was. Ich mache Sport, ich treibe meinen Sport, ich mache gerade meinen Sport. Und ihr kommt rein und macht mich runter. Ihr versucht mich runterzumachen. Alhamdulillah, so was macht man nicht. Benimmt euch, Allah. Ich wünsche euch alles Gute. Möge Allah euch recht leiten, Allah. Ich will sogar mit euch Frieden machen, Allah. An jedem, der mich hier hatet. Ihr könnt mir folgen. Ihr könnt mir auf Instagram folgen, Allah. Wenn ihr Tipps braucht, wenn ihr irgendwas braucht, Hilfe braucht. Allah, egal was ihr benötigt. Ich bin für euch da, Allah. Ich bin für euch da. Aber hört mal auf mit diesen Kindergarten, Allah. Was habt ihr davon, ja? Allah, was habt ihr davon? Ich denke, ihr kommt im Leben so weiter, wenn ihr so seid. Allah, hört mal auf damit. Seid mal ein bisschen gut, Allah. Seid mal ein bisschen. Hab mal ein bisschen Herz, Allah. Hab mal ein bisschen Herz.